Die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg wurde 2007 anlässlich der NBW-Turn-WM 2007 gemeinsam von der Sparda-Bank Baden-Württemberg im badischen und schwäbischen Turnerbund gegründet. Seither sorgt die Stiftung für mehr Bewegung im Land. Zum Beispiel mit Babys in Bewegung oder der Kinderturnwelt in der Wilhelma. Nach den ersten fünf Jahren ist die Bilanz positiv, die Angebote werden sehr gut angenommen. Also mehr als ein Grund, um den Geburtstag auch gebührend zu feiern. Die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg lädt alle Fünfjährigen im Land zur Geburtstagssause ein. Wer sich jetzt online registriert, bekommt gemeinsam mit einer erwachsenen Begleitperson am 2. September freien Eintritt. Die Besucher erwartet an diesem Tag jede Menge Überraschungen und Mitmachaktionen.